Hallo und herzlich willkommen bei Geschichte Lernen Leichtgemacht. Mein Name ist Philipp und in diesem Video erkläre ich euch die Einigung Deutschlands. Woher kam die Idee eines geeinten Deutschlands? Was versteht man unter dem deutschen Dualismus? Was ist der deutsche Bund bzw. der deutsche Zollverein? Und wie erreichte Otto von Bismarck die Einigung der deutschen Fürstentümer zum deutschen Kaiserreich? Diese und noch einige Fragen mehr werde ich euch in den nächsten Minuten beantworten und wie immer kurz, kompakt und vor allem verständlich die wichtigsten Fakten erklären. Jetzt geht's los! Nach dem Sieg über Napoleon wurde am Wiener Kongress auch über die Neuordnung Deutschlands diskutiert. Denn mit der Gründung des Rheinbundes im Jahr 1806 und der darauffolgenden Niederlegung der deutschen Kaiserkrone durch Franz II. war das Heilige Römische Reich, das ja seit dem Mittelalter bestanden hatte, aufgelöst geworden. Beim Wiener Kongress einigte man sich dann 1815 auf die Gründung des Deutschen Bundes. Völkerrechtlich war dies ein Staatenbund, also ein Zusammenschluss der Fürsten, deren Territorium sich innerhalb der Grenzen dieses Bundes befand. Grundsätzlich war der Deutsche Bund dem Heiligen Römischen Reich sehr ähnlich. Allerdings waren die Bundeskompetenzen noch weit geringer als zuvor und entsprechend mehr Macht und Kompetenzen lagen dann auch bei den einzelnen Gliedstaaten. Das wichtigste Gremium des Deutschen Bundes war der Bundestag, der in Frankfurt am Main tagte. In diesem saßen die Vertreter der einzelnen Gliedstaaten. Eine zentrale Regierung oder Verwaltung fehlte allerdings, was natürlich dem Bund seine Durchsetzungsmöglichkeiten gegenüber den Gliedstaaten ziemlich schmälerte. Der Deutsche Bund war also der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich die Fürsten einigen konnten. Allen voran der König von Preußen und der Kaiser von Österreich, die ja beide mit ihren Territorien in diesem Bund vertreten waren. Denn die Debatte, wie der Deutsche Bund politisch ausgestaltet sein sollte, beziehungsweise ob oder wie eine tiefergehende Einigung Deutschlands erreicht werden konnte, scheiterte an den Einzelinteressen Preußens und Österreichs. Doch dazu komme ich später noch. Das Volk aber, das hatte eine ganz andere Vorstellung eines geeinten Deutschlands, als dieser Minimalkompromiss, der den Deutschen Bund widerspiegelte. Vor allem das liberale Bürgertum war seit Beginn des 19. Jahrhunderts zum Träger dieser nationalen Idee geworden, die natürlich von den reaktionären Fürsten unterdrückt wurde. Dieser Unmut über die Unterdrückung der Einigungsbestrebung manifestierte sich beispielsweise beim Wartburgfest 1817, wo studentische Burschenschaften, Uniprofessoren und die Turnbewegung von Friedrich Ludwig Jahn gegen die Restauration, gegen die Zensur und für ein geeintes Deutschland protestierten. Ein weiteres wichtiges Ereignis war das Hambacher Fest 1832. Ähnlich wie beim Wartburgfest demonstrierten auch hier die liberalen Kreise gegen die Restauration, gegen die Unterdrückung und vor allem für nationale Einheit, Freiheit und Volkssouveränität. Zwischen Österreich und Preußen, die ja die zwei größten Mächte innerhalb des Deutschen Bundes waren, herrschte seit dem 18. Jahrhundert ein angespanntes Verhältnis. Der Zankapfel zwischen den beiden Mächten war Schlesien, das damals Mitte des 18. Jahrhunderts Friedrich der Große den Österreichern abspenstig gemacht hatte und dafür drei Kriege gegen Österreich geführt hatte. Wie bereits im Heiligen Römischen Reich beanspruchte aber Österreich auch die Führungsrolle im Deutschen Bund, was dem wirtschaftlich und militärisch aufstrebenden Preußen zuwiderkam. Mit diesem Konflikt im Hintergrund war die Weiterentwicklung des Deutschen Bundes zu mehr als nur einem losen Staatenbund politisch unmöglich. Schlussendlich gipfelte der Konflikt auch in der Diskussion bzw. in der Frage, ob es nun für eine Einigung Deutschlands die Großdeutsche oder die Kleindeutsche Lösung geben würde. Also die Großdeutsche mit Österreich in einem geeinten Deutschland oder die Kleindeutsche ohne Österreich in einem geeinten Deutschland. Für Preußen war klar, dass man die Österreicher aus dem Deutschen Bund hinaus drängen musste. Ein wesentlicher Schritt in diese Richtung war die Gründung des Deutschen Zollvereins im Jahr 1834. Damit wurden die innerdeutschen Zölle aufgelöst und ein einheitlicher wirtschaftlicher Binnenmarkt geschaffen. Österreich war nicht Teil dieses Deutschen Zollvereins und Preußen konnte so seinen Einfluss im Deutschen Bund weiter ausbauen. So waren es schlussendlich wirtschaftliche Interessen bzw. eine wirtschaftliche Einigung, die der politischen Einigung zuvor kam. Generell muss man sagen, spielt die Wirtschaft eine bedeutende Rolle bei der deutschen Einigung. Das sollte man sich auch im Hinterkopf behalten. Denn diese wurde im Zuge der fortschreitenden Industrialisierung immer einflussreicher. Und natürlich lag es im Interesse der Wirtschaft bzw. der Unternehmerschaft, ein geeintes Deutschland zu haben, das im Inneren beste wirtschaftliche Bedingungen bot und nach außen nachdrücklich die Wirtschaftsinteressen der deutschen Unternehmen im Ausland stützen konnte. Nachdem im Zuge der Märzrevolution in 1848 die Fürsten dem Volk Zugeständnisse machen mussten, versuchten nun die liberal-bürgerlichen Kreise Deutschland zu einigen, indem sie den bestehenden Deutschen Bund umgestalten wollten. In der Frankfurter Paulskirche trafen sich die Delegierten der deutschen Staaten. Nachdem in allen deutschen Gebieten, also in allen Bundesgebieten, die Abgeordneten zur Nationalversammlung erstmals frei gewählt waren, begannen sie mit der Ausarbeitung einer gesamtdeutschen Verfassung. Doch dieses Unterfangen schien nicht so einfach zu sein. Vor allem die bereits angesprochene großdeutsche oder kleindeutsche Frage, also ob Österreich noch Teil oder nicht Teil eines geeinten Deutschlands sein sollte, bei dieser Frage zerstritten sich die Abgeordneten. Schlussendlich entschied man sich für die kleindeutsche Lösung ohne Österreich. Deutschland sollte eine konstitutionelle Monarchie werden mit föderalem Charakter und angeführt sollte sie werden vom preußischen König Friedrich Wilhelm IV. Doch Friedrich Wilhelm IV. lehnte die deutsche Kaiserkrone ab und nach und nach musste die Nationalversammlung auch einsehen, dass ihr Projekt von einem geeinten Deutschland gescheitert war. Als sie 1849 schlussendlich mittlerweile fast bedeutungslos mit Waffengewalt aufgelöst wurde, war klar, dass die Einigung Deutschlands von unten, also vom Volk vom Bürgertum ausgehend, gescheitert war. Nach dem Scheitern der Revolution und der Nationalversammlung in den Jahren 1848-49 kam es in den deutschen Staaten wieder zu einer Ära der Restauration und der politischen Unterdrückung. Doch Ende der 1850er Jahre erlebte der Liberalismus wieder einen merklichen Aufschwung, wie etwa die Gründung des Deutschen Nationalvereins 1859 zeigt. Dieser hatte einen liberalen, kleindeutschen Staat unter preußischer Führung zum Ziel. Dabei sollte, wie zum Beispiel auch in England, der König durch ein gewähltes Parlament kontrolliert werden. Um diese liberalen Entwicklungen einzudämmen, ernannte der preußische König Wilhelm I. 1862 den konservativen Otto von Bismarck zum preußischen Ministerpräsidenten. Bismarck war ein kalkulierender Stratege. Er erkannte, dass er den Kampf des Volkes für mehr Mitbestimmung und eine liberale Verfassung nur dann abwehren konnte, denn das war sein Ziel, wenn er den Fokus weg von dieser Thematik lenken konnte. Dabei kam ihm die höchst emotionale Frage der deutschen Einigung sehr gelegen, die er nun fortan ins Zentrum seiner Politik stellte. Doch Bismarck wäre nicht Bismarck, wenn er nicht gewillt wäre, dann auch für die deutsche Einigung seine Vorstellung, also die zugunsten Preußens, durchzusetzen. Dafür hatte der äußerne Kanzler, wie Bismarck auch genannt wurde, ein einfaches Rezept. Aufrüstung der Armee unter dem erstbesten Vorwand, Krieg gegen Österreich, um es aus dem Deutschen Bund zu drängen, Auflösung des Deutschen Bundes und schließlich die Überwältigung der Klein- und Mittelstaaten, um die nationale Einheit Deutschlands unter preußischer Führung zu vollenden. Im Jahr 1864 wollte Dänemark Schleswig im Sinne seiner eigenen Nationalstaatbildung in sein Territorium eingliedern. Immerhin war der dänische König Christian IX auch Herzog von Schleswig, Holstein und Lauenburg. Zudem wollte er eine einheitliche Verfassung für Dänemark und eben diese ihm unterstehenden Herzogtümer erlassen. Doch Schleswig war ein Reichslehn, Holstein und Lauenburg gar Teil des Deutschen Bundes. Und dieser war nicht gewillt, eine Eingliederung bzw. die angestrebte Verfassung hinzunehmen. Österreichische und preußische Truppen zwangen schlussendlich die Dänen zum Einlenken. In der Gasteiner Konvention von 1865 einigten sich Österreich und Preußen darauf, dass Österreich Holstein und Preußen Schleswig verwalten sollte. Doch die beiden Großmächte zerstritten sich wieder einmal und es kam zum endgültigen Bruch, der schließlich 1866 im Deutschen Bruderkrieg endete, also im Krieg zwischen Preußen und Österreich. Preußen hatte sich zuvor schon mit Italien verbündet, um Österreich in einen Zwei-Fronten-Krieg zu zwingen. Obwohl die verbündeten Italiener von den Österreichern bei Lissa und Kustozza geschlagen wurden, fiel die Entscheidung zugunsten Preußens. Denn in der Entscheidungsschlacht bei Königgrätz besiegte Preußen Österreich. Im darauf folgenden Frieden von Prag wird der Deutsche Bund aufgelöst und Österreich muss der Bildung des Norddeutschen Bundes zustimmen. Damit waren alle 22 deutsche Staaten nördlich der Mainlinie in einem deutschen Bundesstaat vereinigt. Die süddeutschen Staaten waren allerdings nicht Teil dieses Bundes. Sie mussten aber ein Verteidigungsbündnis mit dem Norddeutschen Bund eingehen. Mit diesen Bestimmungen verlor Österreich nun komplett seine bisherige Einflussstellung auf die deutschen Staaten. Damit war ein weiteres wichtiges Ziel Bismarcks erreicht. Österreich aus dem Deutschen Bund rauszubekommen bzw. den Deutschen Bund aufzulösen und ein neues Gebilde zu schaffen, das natürlich nach dem Geschmack Preußens und dem Geschmack Bismarcks war. Doch noch war die deutsche Einigung nicht vollzogen. Denn die süddeutschen Staaten hatten herzlich wenig Interesse unter die preußisch-protestantische Fuchtel zu geraten. So wie es mit den anderen Staaten des Norddeutschen Bundes passiert war. Doch wieder spielte Bismarck eine politische Gelegenheit in die Karten. Im September 1868 war in Spanien das Könighaus gestürzt worden und es wurde von der Übergangsregierung ein neuer König gesucht. Bismarck sorgte dafür, dass sich ein Prinz aus dem Haus Hohenzollern für diese Stelle bewarb. Das brachte natürlich Frankreich auf den Plan, dass neben einem mächtigen norddeutschen Bund im Osten kein Spanien unter einem Hohenzollern im Westen seines Landes irgendwo dulden konnte. Obwohl die Kandidatur zurückgezogen wurde und Frankreich damit hätte zufrieden sein können, verlangte der französische Kaiser Napoleon III. vom preußischen König Wilhelm I. auch künftig keine Ansprüche mehr zu stellen. Dies lehnte Wilhelm jedoch höflich ab. Bismarck wiederum gab eine gekürzte Fassung der entsprechenden diplomatischen Note, die dann als Emser de Pesche in die Geschichte einging, an die Presse weiter. In dieser gekürzten Variante klang die De Pesche wesentlich schärfer und gar nicht mehr so höflich, wie sie ursprünglich von Wilhelm verfasst wurde. Eine solche Brüskierung konnte Napoleon III. nicht hinnehmen. Vor allem da die Stimmung in der französischen Öffentlichkeit wegen der gesamten Affäre um die spanischen Thronfolge bereits extrem angeheizt war. So erklärte Frankreich am 19. Juli 1870 dem Norddeutschen Bund unter der Führung Preußens den Krieg. Gemäß dem geschlossenen Verteidigungsbündnis braten die süddeutschen Staaten auf der Seite Preußens in den Krieg ein. Die Franzosen konnten von dieser vereinten deutschen Armee bei Metz und Zendard entscheidend geschlagen werden. Napoleon wurde sogar gefangen genommen und seine Herrschaft brach zusammen. Als sich der deutsche Sieg abzeichnete, traten im November 1870 unter zehn Verhandlungen die süddeutschen Staaten dem Norddeutschen Bund bei. Bismarcks Kalkül war praktisch wiederum aufgegangen und er war es, der praktisch das Deutsche Reich durch Blut und Eisen vereinigte. Mit einem formalen Reichstagsbeschluss am 10. Dezember 1870 wurde der Norddeutsche Bund dann auch in Deutsches Reich umbenannt. Das besiegte Frankreich musste Elsass-Lothringen an das Deutsche Reich abtreten und hohe Kriegsentschädigungen zahlen. Am 18. Jänner 1871 erfolgte dann im Spiegelsaal des Schlosses Versailles vor 2000 geladenen Würdenprägern die Proklamation Wilhelms zum Deutschen Kaiser. Damit war die Einigung zum Deutschen Kaiserreich vollzogen. Wie stand eigentlich der preußische König und deutsche Kaiser in Spee, Wilhelm I., zur deutschen Einigung? Fragen wir einmal nach. Nachdem Bismarck in zehn Verhandlungen endlich die süddeutsche Staaten für den Anschluss an das Deutsche Reich bewegen konnte, der bayerische Märchenkönig Ludwig II. täuschte sogar drei Tage lang Zahnschmerzen vor, um das Dokument ja nicht unterschreiben zu müssen, kam Widerstand von einer Seite, die keiner so recht auf den Plan hatte, Wilhelm I., der durch und durch Preuße war und lieber preußischer König geblieben wäre, als deutscher Kaiser zu werden. Denn in seinen Augen war dies nur eine formelle Beförderung, ohne zusätzliche Machtbefugnisse. Besonders empörte ihn aber, dass der Titel nicht Kaiser von Deutschland, sondern eben deutscher Kaiser lauten sollte. Vergebens versuchte Bismarck und der preußische Kronprinz, den 73-jährigen König Wilhelm umzustimmen, wobei der eiserne Bismarck im Zuge dessen mehrfach in Tränen ausgebrochen sein soll. Wilhelm drohte am Schluss sogar mit seiner Abdankung. Schlussendlich gelang es aber Friedrich I. von Baden, Wilhelm zu überreden. Überzeugen konnte er in Zeit seines Lebens nicht. Doch am Tag, noch vor der Proklamation zum Kaiser, klagte Wilhelm Bismarck, dass dieser Tag dann der unglücklichste Tag in seinem Leben sein würde, denn im Spiegelsaal würde das preußische Königtum zu Grabe getragen. Doch zumindest die Titelfrage entschärfte Friedrich von Baden am 18. Jänner elegant, um einen möglichen Eklat zu vermeiden. Als rangältester Fürst sollte er das erste Hoch auf den neuen Kaiser ausbringen. Der ganze Spiegelsaal im Schloss Versailles wartete nun gespannt, ob Friedrich nun einen Kaiser von Deutschland oder einen deutschen Kaiser ausrufen würde. Doch dieser rief einfach, seine kaiserliche, königliche Majestät, Kaiser Wilhelm, lebe hoch! So, das waren nun die wichtigsten Infos zur Einigung Deutschlands. Damit solltet ihr bei diesem Thema optimal vorbereitet sein. Ich empfehle euch an dieser Stelle auch meine Videos zur Revolution 1848-49 und zum Nationalismus, die eine gute Hintergrundinformation zu dieser Thematik auch bieten. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, ein Abo meines Kanals oder über eine Weiterempfehlung. Nutzt auch die Kommentarfunktion, wenn ihr etwas anzumerken habt. Ich freue mich immer, wenn ihr Kommentare schreibt. Bis zum nächsten Mal!